Musik Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Angst vor Isolation, Einsamkeit. Hast du auch diese Furcht? Ah. Und welches Gefühl hast du für Menschen, die sich fürchten? Okay, also Mike hat Angst vor Isolation. Hast du Mitleid mit ihm? Das zeigt sich aber nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Du würdest also lügen, um loyal gegenüber einem Freund zu sein. Okay. Was ist mit Loyalität oder Nächstenliebe? Solch ein großzügiger Charakter. Wie schön. Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Vamos. cuộc- yhnöne. Vielen Dank.